Leute, ich hatte sowas cooles in meinem Adventskalender. Ich habe noch nie so eine Teekanne gesehen. Man gibt oben das Wasser hinein und auch den Tee und lasst das Ganze ziehen. Aber jetzt, nicht wie bei einer normalen Teekanne, leert man das Ganze ins Glas. Man gibt das Glas da runter und der Tee kommt von oben ins Glas hinein. Ich war einfach so geflasht. Habt ihr sowas schon mal gesehen.